Wutte hoch! Wutte hoch! Wutte hoch, Mama! Wutte hoch, Mama! Wutte hoch! Nö, die gehen ja, oder? Ganz kalt! Danke! Ja, liebe Freunde des Bad Fallmacher Wolland-Fans, wir haben einen Musikantenwechsel auf der Wolland-Fans-Bühne. Wir haben verabschiedet die Bläser des Quartetts der Wieselndorf-Famosi und jetzt haben wir wieder ein Quartetto aus der Blechbläser-Schmiede der Josef Hemmerl Der Josef hat sich heute entschuldigt, der ist leider krank, aber er hat uns eine Musikantin und drei Musikanten geschickt, die uns jetzt auf die nächste Stunde unterhalten die Blechbläser-Schmiede. Das heißt, der Josef Hemmerl der Musiker-Schmiede und der Josef Hemmerl der Musiker-Schmiede der Musiker-Schmiede